Hallo zusammen, das ist der Braunli, Moderator der Radio-Industrie. Am 13. Dezember von 8 bis 9 feiern wir die Premiere unserer neuen Sendung Freestyle to the Limits. Mit dieser Sendung stellen sich bewährte Schweizer Freestyle-Rapper einer sehr schwierigen Herausforderung. Folgende Freestyle-Rapper sind bei diesem Event mit dabei. Mit dabei sein kannst du indirekt auch du auf www.radioindustrie.ch kannst du uns ein Thema schicken, das aus deiner Sicht die Freestyle ans Limit bringt. Das wird auf jeden Fall in den nächsten Sendung verbändert. Das wird ein ganz tolles Event. Ihr freut euch sicher auch Radio Freestyle to the Limits, oder? Ja! Ihr freut euch auch. Nicht vergessen, 13. Dezember von 8 bis 9. Unbedingt einschalten! Ja, was geht? 1. C. Luzern-Amerbrug. Am 13. Dezember gibt es eine fette Freestyle-Session auf Radio-Industrie. Freestyle to the Limits mit dem Braunli. Also zieht euch in www.radioindustrie.ch Peace zusammen! Alles, was geht? Anfeinheit! Alle zwei drei 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 drei. Vielen Dank.